hallo und herzlich willkommen zu hero zero heute wieder mit einem schönen geilen schnellen video aber die erste aufnahme hat kleine technische probleme gehabt aber egal jetzt noch mal also ich hoffe es geht euch gut es ist mitte der woche also am 8 8 7 bald geht die beta von new world los und ich bin schon ganz verrückt drauf ich habe jetzt gerade hier ein bisschen gespielt schon wieder ich habe jetzt 390 erreicht das heißt ich brauche noch zehn stufen dann habe ich 400 erreicht das finde ich sehr cool ich habe hier kaum punkte gehabt also da habt ihr nichts verpasst gerade wir haben hier die fuchs und angeguckt was haben wir denn gemacht hier wir haben jetzt 335 punkte 350 und wir haben das was ich eigentlich ganz gerne haben wollte das war ungefähr dieses mal ja mein ziel die fertigkeitspunkte und das alles würde ich auch wahnsinnig gerne haben ich habe noch 14 gute gute 14 tage zeit das heißt zwei wochen das denke ich dass ich das hinkriege aufgrund dessen dass ich hier sogar heute schon einmal die sechs versteckpunkte bzw den einen punkt schon geholt habe diese woche habe ich hier meine zehn punkte für die wochenaufgaben schon geholt den donut denke ich werde ich ganz schnell finden ligakämpfe da fehlt mir noch einer dann haben wir auch dann haben wir wieder zwei stück und hier kriegen wir noch ein also ich denke das wird auf jeden fall sehr sehr gut und sehr schnell gehen so dann werde ich hier gucken dass ich noch ganz viele aufgaben hier fülle denke das wird ganz gut laufen guck mal auch liga kämpfe ja liga kämpfe liga kämpfe liga kämpfe ne ok hier hier hatten wir irgendwo ein noch mit fünf oder ne sechs die vier was wollen wir denn oh gott wir wollen alles was geht 24 und hier 24 näher nicht okay dann gehen wir auf heldenverstecke komm schon komm schon komm schon komm schon ja sehr schön so klicken und das einmal mal an hier zack zack äh ne können wir nicht mehr kämpfen schade aber wir haben hier ganz gut was gemacht wir haben jetzt zurzeit die hero con für die modifikation noch da schaffe ich leider täglich nur eins zu nehmen und eins zu starten weil die so lange brauchen sind bei mir immer schon zwölf stunden und das finde ich ein bisschen schade muss ich sagen ich muss immer so ewig warten auf eine modifikation und meistens ist es nur selten oder das weiße normale ich habe bis jetzt seit wir die hero con haben also seit einer woche hatte ich glaube ich nur ein einziges mal etwas episches und das fand ich schon etwas schade also sehr schade super hat nicht geklappt die mission ist auch schon wieder fertig wunderbar gucken wir mal kein goldener donut das ist schade aber da wir es vor kurzem level up hatten kann ich hier ganz viele hellen taten machen das finde ich sehr sehr schön bei den boosters läuft auch alles gut das ist auch so gut das ist gut das ist gut da haben wir noch nicht uns darum gekümmert mein team wie läuft's denn oh wir sind auch stabil auf platz drei das ist schön ja das modifikation sind ja drei punkte für die normalen 10 für die seltenen und 20 für die epischen die nächste hero con ist die mit mission das heißt pro mission kriegst du einen punkt das heißt du musst ganz viele mission schaffen da ist so meins was ich versuche mal anzupeilen immer kurze mission wenn ich weiß dass ich länger am rechner sitze oder am handy oder so gerade zeit habe immer wieder dran zu gucken dass ich kleine missionen machen die schnell rum sind damit ich viele schaffe damit ich viele punkte mache aber wir gucken jetzt mal mein team an und da haben wir jetzt schon wieder marie die ein bisschen in aktiv ist meldet sich aber ab und zu mal also von daher ist es noch ganz okay haben sie alle zur verteidigung alle zum angriff soweit gemeldet die sich immer anmelden und haben alle fleißig schon mitgemacht das ist cool ich bin bei 69 punkten uiuiui hätte nicht gedacht dass ich so viel schaffe okay dann gucken wir mal zurück ins heldenversteck da haben wir nämlich hier ich habe hier nämlich heute etwas sehr verstörendes glaube ich ist das also die formen zumindest ich habe diese schneemänner freigeschaltet gehabt die sind die die fallen so ein bisschen außer form ich frage mich wie die von der physik her wie die halten ich muss das wenn ganz ganz viel schnee mal liegt muss ich das selber mal ausprobieren ich habe schon lange gar nicht mehr so viel schnee gehabt dass man wirklich einen guten schneemann machen konnte als ich klein war da haben wir das ständig gemacht da habe ich mal so eine mords mega riesentour gemacht da ging gar nichts und das war gerade der rechner von meinem freund der muss mich gleich home office anfangen das heißt ich muss mich wirklich hier zügig immer morgens beeilen bevor er anfängt zu arbeiten deswegen entschuldigt dann wollte ich noch etwas kleines ansprechen und zwar die beta von new world beginnt bald am 23 siebten ab dem 23 entfällt auch das embargo wenn ich das richtig gelesen habe das heißt man darf dort über dieses spiel spoilern bzw schreiben und so weiter und so weiter daher würde ich sagen wir sehen uns auf jeden fall dass doch mal genau anders spiel auch genaue charakter erstellung und so weiter die beta geht bis zum release die ist am 25 august und ich denke wenn ihr bock haben mitzuspielen bzw wenn ihr euch das angucken wollt abonniert gerne meinen kanal wenn ihr das noch nicht habt ich hoffe euch hat das video gefallen wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut tschüss